Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Folge 8 meiner Twilight Runaway Teen Challenge. In der letzten Folge hat Bella tatsächlich erfahren, dass Jacob ein Werwolf ist. Er hatte tatsächlich vor, es ihr zu zeigen, allerdings eigentlich auf kontrollierte Art und Weise, um ihr zu erklären, dass er immer noch er selbst ist, nur halt manchmal diese Gestalt annimmt. Und allerdings hat er sich vorab unkontrolliert verwandelt und konnte es ihr somit nicht erklären. Und das hat Bella halt ziemlich Angst gemacht, weil sie gar nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen soll. Sie ist dann auf den Berg geflohen, hat ziemlich viel gegrübelt und auch zu Hause hat sie nochmal ein bisschen gegrübelt. Und da machen wir heute weiter. Ich freue mich auf den Part, ich hoffe, ihr freut euch genauso. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusehen. Heute starten wir mal ein bisschen anders in dem Part und zwar mit einem Sozialhase-Post. Und zwar hat Bella geschrieben, Kissen schlachten sollen Stress abbauen, aber warum fühle ich mich dann so ausgelaugt? Und in erster Linie würde man jetzt natürlich sagen, hä, sie hatte doch gar keine Kistenschlacht, das macht ja gar keinen Sinn. Aber vielleicht meint sie das Ganze ja auch ein bisschen metaphorisch, denn sie fühlt sich halt ein bisschen ausgelaugt. Also sie weiß gerade einfach nicht, wie sie mit bestimmten Situationen umzugehen hat. Und daraufhin hat Jacob einen Post gemacht und geschrieben, ein Hieb mit dem Kissen mitten in meine Seele. Es wird Tage dauern, die Traurigkeit zu überwinden. Und das finde ich sehr, sehr passend, denn es ist eine Anspielung auf Bellas Post. Also es geht auch um eine Kistenschlacht, die halt nie stattgefunden hat. Denn Jacob hat ja gerade das Gefühl, großer, trauriger Wolf, wodurch er halt Schuldgefühle hat, weil er Bella halt versehentlich mit seinem wehrwölfischen Benehmen erschreckt hat. Und ja, das tut ihm natürlich sehr, sehr leid, denn er mag Bella sehr, sehr gerne. Und das war natürlich absolut nicht seine Absicht. Also er wollte es ihr tatsächlich zeigen, aber halt ein bisschen anders. Also er hat gemerkt, okay, sie weiß schon einiges, aber sie kann es halt nicht zuordnen. Und irgendwann kann er es sowieso nicht mehr verstecken, weil er halt Angst hatte, dass er sich irgendwann unkontrolliert verwandeln könnte. Und ihr dann Angst macht, ja, ist jetzt halt trotzdem passiert. Aber eigentlich wollte er das halt verhindern. Und ja, es hat halt nicht so gut geklappt. Bella hat heute jedenfalls etwas länger geschlafen. Also es ist tatsächlich schon halb zwölf, fast mittags. Aber sie lag halt noch sehr lange im Bett und hat ziemlich viel gegrübelt, was sie denn nun machen soll. Und wir sehen schon, sie geht hier jetzt schon wieder zu dem Porträt, schaut es sich an und überlegt jetzt halt, was sie tun soll. Denn sie hat nun mal gerade unheimlich Angst, weil einfach der Kerl, den sie eigentlich ziemlich gerne mag, der sich eigentlich inzwischen zu ihrem Schwarm entwickelt hat, ja, nun mal ein Wehrwolf ist, also einfach ein angsteinflößendes Geschöpf. Und deshalb überlegt sie jetzt, was wohl die beste Möglichkeit ist. Und da kommt Bella jetzt tatsächlich zu dem Schluss, dass es hier wahrscheinlich einfach zu gefährlich ist. Und sie vermisst vielleicht gerade auch ein bisschen ihre Mutter. Denn sie ist nun mal ein paar Mal vorbeigekommen. Das heißt also, Bellas Mutter denkt an sie, auch wenn sie ein bisschen Streit hatten. Aber ja, sie denkt halt an sie. Sie hat ihr einen Brief geschrieben, dass sie unbedingt wiederkommen soll, dass sie über alles reden können. Und Bella denkt jetzt gerade nochmal darüber nach. Denn Mut und Mil scheint wirklich nicht so sicher zu sein, wie sie ursprünglich dachte. Und deswegen wird Bella jetzt tatsächlich all ihren Mut zusammenfassen und zurück zu ihrer Familie fahren. Heißt also zurück nach Copperdale, denn hier in diesem Haus, da wohnt ihre Mutter ja mit ihrem neuen Ehemann. Und es tut Bella wirklich weh. Aber sie denkt sich, okay, ich muss diesen Schritt jetzt wagen. Denn dort hat sie zwar vielleicht ihre Mutter, mit der sie sich nicht so gut verstanden hat, aber sie hat ja geschrieben, sie können über alles reden. Vielleicht ist es wirklich die beste Möglichkeit, denn dort ist es wenigstens nicht so gefährlich wie in Mut und Mil. Denn da scheint es gerade wirklich sehr gefährlich zu sein, wenn ein sehr enger Vertrauter von ihr sich in einen Wehrwolf verwandelt hat und es scheinbar dort auch noch mehr Wehrwölfe gibt. Und ja, Bella ist gerade sehr aufgeregt und ist sich immer noch nicht ganz sicher, ob sie es machen soll. Aber sie wagt jetzt den Schritt und klopft an der Tür mit der Hoffnung, dass ihre Mutter aufmacht. Und es hat jetzt tatsächlich jemand die Tür aufgemacht. Aber wir sehen schon, Bella guckt sehr misstrauisch. Denn die Person, die ihr die Tür aufgemacht hat, ist nicht ihre Mutter, sondern eine andere Frau. Und Bella wird sich jetzt einfach mal respektvoll bei dieser Frau vorstellen und fragen, Entschuldigung, also eigentlich wohnte meine Mutter hier. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Tut mir leid, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und es tut mir auch leid, dass ich so hier ins Haus platze. Aber, ähm, also wie gesagt, meine Mutter wohnte hier, wohnt sie hier nicht mehr? Also offensichtlich nicht, aber ich bin sehr unsicher, es tut mir leid. Sie wird sich einfach mal über ihre Probleme beschweren. Und diese Frau, sie heißt übrigens Amina, wird ihr nun sagen, ähm, ja, also ich schätze mal, dass deine Mutter die Frau ist, die hier vorher wohnte. Aber ich muss ihr mitteilen, also sie wohnt nicht mehr hier. Die Frau und ihr Mann, also sie hatte noch einen Mann, die sind tatsächlich weggezogen. Also vor, vor, vor einer Woche circa schon. Und dann wird Bella sich erstmal über alles beschweren und sagen, was, wie kann das denn? Also ich meine, wir haben uns nicht so gut verstanden, aber sie ist jetzt weg, einfach weggezogen. Also tut mir leid, dass ich sie das frage, dass, äh, dass ich sie hier jetzt so belästige irgendwie. Aber wissen Sie, wo meine Mama hin ist? Also wo sie mit ihrem Mann hingezogen ist? Denn, also das kann doch nicht sein, die, sie hätte mir doch Bescheid gesagt. Sie ist doch nicht einfach weggezogen. Und Amina wird jetzt sagen, ähm, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht, wo deine Mutter hingezogen ist. Also ich weiß nur, dass sie sehr schnell weggezogen ist. Also sehr schnell mit ihrem Mann weg wollte. Und, äh, wir haben noch die Schlüsselübergabe gemacht, aber letztendlich wirkte sie wirklich so, oder wirkten die beide so, als wenn sie wirklich sehr, sehr schnell hier weg wollen. Und, äh, sie haben nicht gesagt, wo es hingehen soll. Also es fand nicht viel Smalltalk statt. Es war wirklich nur die Schlüsselübergabe. Und dann, ja, dann ist sie auch schon verschwunden. Und es passt ja mal so hervorragend, denn Bella fühlt sich unbekümmert. Ein Sim, der sich unbekümmert fühlt, hat einen kaltherzigen Moment und hat weder Takt noch Geduld. Also sie weiß gerade nicht, was sie fühlen soll. Sie fragt sich einfach vielleicht auch gerade, was ihre Mutter für ein kaltes Herz hat, dass sie ihr nicht Bescheid gesagt hat, dass sie wegziehen, dass sie einfach gegangen ist. Ich meine, klar ist Bella auch einfach verschwunden, aber es ist immerhin ihre Mutter. Und erst hat sie jedoch noch diesen Brief geschrieben. Und wie kann das denn jetzt sein, dass sie einfach weg ist? Aber Amina und auch ihr Mann Adil werden jetzt sagen, es tut uns wirklich leid. Wir würden dir wirklich gerne weiterhelfen. Aber wir haben leider wirklich keine Kontaktdaten von deinen Eltern. Also sie sind einfach ganz schnell gegangen. Und es tut uns wirklich leid. Wir würden wirklich gerne helfen. Also wenn du mal Hilfe brauchst, dann darfst du gerne vorbeikommen. Aber hierbei können wir dir leider nicht weiterhelfen. Es tut uns wirklich unfassbar leid. Und ihre Stimmung ist tatsächlich auch gerade, dass sie Angst hat, verurteilt zu werden. Einfach weil ihre Eltern verschwunden sind. Also ohne ihr Bescheid zu sagen. Und dadurch fühlt sie sich gerade einfach so schlecht. Und hat auch das Gefühl, dass sie einfach ein schlechter Mensch ist. Wobei ja eigentlich ihre Mutter gegangen ist. Aber davor ist sie gegangen. Und es ist einfach alles so unfassbar schwierig. Und sie fühlt sich ein bisschen überwältigt, weil sie halt das Merkmal sozial unbeholfen hat. Also ja, es ist gerade auch nicht schwierig. Einfach mit fremden Menschen zu reden. Aber vielleicht hilft es ihr auch ein bisschen, einfach mal andere Leute zu sehen. Aber ja, eigentlich möchte sie gerade nur ihre Mutter sehen. Also es fällt ihr selber wirklich schwer, sich das einzugestehen. Aber sie möchte gerade nur ihre Mutter sehen. Die sie halt eigentlich ziemlich hasst momentan. Bella wird sich jetzt aber nochmal bei den beiden bedanken, dass sie ihr zumindest so weit geholfen haben, dass sie hier reinkommen durfte und ein bisschen mit ihnen reden durfte. Und er wird dann aber auch sagen, auf Wiedersehen. Also sie wird sich erstmal verabschieden. Und ja, ist höchstwahrscheinlich gerade ziemlich verzweifelt. Was mir gerade noch einfällt, wir müssen ja auf jeden Fall noch 20 Simoleons abziehen. Denn sie ist ja mit dem Bus hierher gefahren. Und es ist ja nun mal eine andere Stadt als Moonwood Mill. Also wird sie dann noch 97 Simoleons haben. Das sind minus 20 Simoleons. Bella geht jetzt also wieder aus dem Haus raus und ja, wird jetzt vielleicht erstmal einfach so ein bisschen durch die Gegend laufen, weil sie auch gerade wirklich nicht weiß, wo sie hin soll. Bella hat sich tatsächlich überwunden, wieder nach Hause zu gehen zu ihrer Mutter. Aber es hat irgendwie nicht geholfen, denn ihre Mutter ist einfach nicht da, ist einfach verschwunden, hat sie einfach zurückgelassen, nachdem Bella ihre Mutter zurückgelassen hat. Aber daran denkt sie gerade gar nicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie sich jetzt auch bei anderen Leuten ein bisschen umhören wird, ob die was wissen. Das ist tatsächlich Nancy Landgraf. Also, dass sie einfach ein paar Nachbarn fragt. Ich meine, Nancy ist wahrscheinlich keine Nachbarin. Aber wir stellen uns einfach vor, sie ist eine Nachbarin. Einfach um zu erfahren, ob andere Leute vielleicht was wissen. Und wer bist du? Du siehst sehr wild aus. Mortimer Grusel? Well, what happened here? Jedenfalls wird sie jetzt einfach ein paar Passanten auf der Straße fragen. Hey, das hier ist meine Mutter. Also, sie wird ein paar Fotos zeigen. Und sie hat bis vor kurzem noch hier gewohnt. Also, du kennst sie wahrscheinlich. Sie ist, ja, höchstwahrscheinlich deine Nachbarin. Aber hast du sie gesehen? Ich meine, sie ist weggezogen. Und weißt du, wohin? Entschuldigung, wissen Sie wohin? Es tut mir leid, ich kann nicht so gut mit Leuten reden. Es fällt mir echt schwer. Aber wissen Sie, wo meine Mutter ist? Und die Frau wird dann aber letztendlich sagen, nein, tut mir leid, ich weiß nicht, wo sie ist. Also, ich habe auch gehört, dass sie weggezogen ist. Aber es ging sehr schnell mit ihrem Mann. Also, sie sind sehr schnell weggezogen, hatten es scheinbar eilig. Ich weiß leider wirklich nicht, wo deine Mutter ist. Es tut mir wirklich leid. Bella hat auch ziemlich Hunger und muss auf Toilette. Vielleicht können wir ja mal den, warum kann ich den nicht, anklicken. Dann mache ich das halt so. Bella wird jetzt auf jeden Fall einfach mal im nächstmöglichen Laden auf Toilette gehen. Weil sie jetzt auch nicht sofort den nächsten Bus wieder nach Hause nehmen will. Weil sie möchte ja eigentlich gerade nicht wieder nach Moonwood Mill. Also, sie ist einfach gerade ein bisschen verzweifelt. Und deswegen wird sie jetzt halt, wie schon gesagt, im nächstmöglichen Laden auf die Toilette gehen. Wie kommt der? Ach, da ist die Tür. Okay. Hunger hat sie auch ganz schön doll. Ich weiß gar nicht, wenn wir uns hier jetzt so ein Bubble-Tier kaufen. Der ist gar nicht besetzt, der Stand. Aber da kommt jemand. Okay, man kann ja auch Essen bestellen. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob diese Bubble-Tiers wohl überhaupt auch satt machen. Aber wenn wir hier auch ein bisschen was zu essen holen können, dann ist es ja umso besser. Ich würde sagen, wir nehmen das günstigste, ein Corndog. Das reicht, denke ich mal, für den Anfang. Und der Abschlussball beginnt. Aber da gehen wir natürlich nicht hin, denn wir waren halt nicht mal in der Schule. Dann besuchen wir natürlich auch nicht den Abschlussball. Aber nachdem Bella sich dann so ein Corndog bestellt hat, wird sie auch hier den Verkäufer noch mal fragen, ob der etwas weiß. Weil ich meine, der wohnt ja offensichtlich auch hier. Oder auch wenn er nicht hier wohnt, ist er hier zumindest öfter. Und deshalb wird Bella auch ihn direkt noch mal fragen, ob er etwas mehr weiß. Wird ihm gleich vielleicht auch einfach noch mal ein paar Fotos zeigen von ihrer Mutter. Und dann auch ihn noch mal fragen, Entschuldigung, dass ich sie so blöd anspreche, ist mir wirklich peinlich. Aber wissen Sie, wo meine Mutter ist? Sie ist weggezogen scheinbar. Das habe ich jetzt schon von einigen gehört. Aber ich wüsste wirklich gerne, wo sie ist. Denn das ist ja auch ganz egal, warum. Aber haben Sie meine Mutter gesehen? Und deswegen zeigt Bella auch ihm jetzt ein paar Fotos von ihrer Mutter. Wow, und er lacht sich schlapp. Aber auch er wird ihr sagen, tut mir leid, also ich kenne deine Mutter. Sie wohnte hier, aber ich weiß leider nicht, wo sie hin ist. Bella wird hier wahrscheinlich noch zwei weitere Leute fragen. Also hier haben wir noch einen Teenager, da wird sie sich auch mal respektvoll vorstellen und dann fragen. Und hier in der Umkleide ist gerade noch eine weitere Teenagerin. Die werden wir dann auch fragen, wenn sie aus der Umkleide wieder raus ist, selbstverständlich. Denn wir platzen nicht in irgendwelche Umkleidereien. Das machen wir nicht. Er hat auf jeden Fall einen ziemlich coolen Style. Er trägt zwar keine Schuhe, aber sie trotzdem irgendwie ziemlich, ja, gar nicht schlecht aus, was er trägt. Auch ihm werden wir mal ein paar Fotos von unseren Eltern zeigen, ob er etwas weiß. Und danach machen wir dasselbe nochmal mit der lieben Nanami Ito. Aber letztendlich wird Bella feststellen müssen, okay, es weiß tatsächlich niemand, wo meine Eltern sind. Also wo meine Mutter ist mit ihrem Ehemann. Und letztendlich wird sie sich jetzt hier draußen einmal hinsetzen und muss einfach mal nachdenken, was sie jetzt tun soll. Sie wird einfach mal ein bisschen weinen, weil sie so verzweifelt ist. Und wird vielleicht auch einfach mal verbotene Wörter brüllen und, ja, einfach vor sich hin brüllen. Mist, was soll ich denn nun machen? Meine letzte Hoffnung. Meine Mutter ist jetzt einfach weg. Ich kann noch nicht zurück nach Mugut Mill, denn dort ist Jacob. Und, oh, ich mag ihn immer noch. Aber was soll ich denn nun machen? Oh, und Bella hat eine gemeine Phase eingeläutert. Ja, das macht in diesem Zusammenhang tatsächlich Sinn. Wow. Und sie packt von alleine ihre Hausaufgaben aus und lernt jetzt ein bisschen, macht ihre Hausaufgaben. Und das, finde ich, macht auch vielleicht ein bisschen Sinn. Denn jetzt, wo ihre Mutter nicht mehr nach ihr sucht, kann sie natürlich auch wieder zur Schule gehen. Ich meine, das ist jetzt in erster Linie vielleicht nicht das, woran sie denkt. Denn sie wollte jetzt tatsächlich eigentlich zurück zu ihrer Mutter. Aber, ja, vielleicht denkt Bella gerade einfach in erster Linie daran, dass sie ja wieder zur Schule gehen könnte, weil sie vielleicht dort mehr erfährt. Und weil es vielleicht auch einfach so ein bisschen Ablenkung ist von dem ganzen Mugut Mill-Ding, also von Jacob, von den Werwölfen, die es ja scheinbar gibt. Und du hast auch einen ziemlich wilden Style. Ein Bikini mit einer Strumpfhose, darüber noch einmal Socken und ein schicker Hut. Und Bella hat auf jeden Fall auch immer noch den Wunsch, jemanden zu küssen und mit Jacob in die Sterne zu gucken. Also, sie denkt natürlich auch irgendwo an ihn und überlegt immer noch, ob es wohl wirklich so schlimm ist. Also, ob er wohl wirklich so böse ist. Weil eigentlich hat sie ihn ja anders kennengelernt. Eigentlich ist er halt Jacob. Also, er ist Jacob Black, der Kerl, in den sie sich verknallt hat. Der unfassbar süße Typ, der ihr dabei geholfen hat, ein paar Möbel herzustellen und ihr gezeigt hat, wie man, ja, einfach mit Holz umgeht. Wie man daraus etwas Tolles bauen kann. Und, ja, jetzt gerade denkt sie auch scheinbar an ihn, denn sie wirkt so ein bisschen beschämt. Aber sie ist halt einfach gerade ein bisschen am Verzweifeln und weiß wirklich nicht, was sie tun soll. Soll sie zurück nach Mugut Mill? Soll sie sich der Gefahr aussetzen? Ähm, oder ist es vielleicht wirklich besser, irgendwie hier zu bleiben? Aber wenn sie hier bleibt, wo soll sie bleiben? Denn zurück zum alten Haus kann sie nicht. Denn dort wohnt jetzt eine neue Familie. Und sie kann ja wohl kaum eine fremde Familie fragen, ob sie sie aufnehmen. Also, das ist ja total absurd. Und hier ist nun mal auch kein freistehendes Haus, keine Ruine, wo sie einfach unterkommen kann. Also, ja, hier ist nichts. Hier sind nur Häuser, die man bezahlen muss. Aber dazu hat Bella halt wirklich zu wenig Geld. Sie hat 89 Simoleons, davon kann man sich ganz bestimmt kein Haus kaufen. Und dazu kann man nicht mal bei irgendjemandem zur Miete wohnen. Also, letztendlich fällt ihr keine Möglichkeit ein, die irgendwie sinnvoll klingt. Denn die eine Möglichkeit ist, zurück nach Mugut Mill. Und die andere Möglichkeit gibt es eigentlich gar nicht. Sie könnte hier bleiben, aber dann ist sie halt wirklich komplett obdachlos. Und muss auf der Straße schlafen. Denn, wie schon gesagt, sie kann sich kein Haus leisten und kann ja auch kaum ewige fremden Leute fragen, ob sie bei denen unterkommen kann. Das ist auch einfach gar nicht Bellas Art, denn sie ist ja auch immer noch sozial unbeholfen. Also, eine selbstbewusste Person würde das vielleicht machen, würde vielleicht irgendjemanden fragen, hey, kann ich vielleicht ein, zwei Nächte bei dir pennen, bis ich was Besseres gefunden habe. Aber so ist Bella halt nicht. Also, Bella ist da halt wirklich einfach viel zu schüchtern und würde auch einfach nie irgendjemanden fragen, ob sie da schlafen kann oder sowas. Das macht Bella einfach nicht. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh nein. Bella wird jetzt letztendlich mit ihrem Stirm hier hingehen. Wir stellen uns mal vor, dass der Laden inzwischen zu hat, denn es ist halb zwei. Und Sims haben die Läden halt nie zu. Aber wir können uns das Ganze ja vorstellen. Und deswegen wird Bella sich jetzt einfach letztendlich hier auf diese Bank setzen. Denn, ja, wirklich, Dach ist hier nicht. Aber hier ist zumindest ein bisschen Licht. Zumindest ist sie ja ein bisschen geschützter. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die Nacht heute nicht in Moonwood Mill verbringen wird, sondern hier draußen schlafen wird, in Copperdale. Einfach, um nochmal ein bisschen nachzudenken, weil sie sich immer noch nicht sicher ist, was sie machen soll, wie sie mit der Situation umgehen soll. Und deswegen wird sie jetzt einfach stinkend hier draußen auf der Bank schlafen. Oh Mann, es tut mir so leid für sie. Und ihre Klamotten sind sehr nass, was man hier sieht an den Wassertropfen, die von ihr tatsächlich heruntertropfen. Also, ja, schön ist das Ganze nicht. Aber es ist jetzt auch schon 8 Uhr am Morgen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier wieder ein bisschen lauter wird in der Stadt und Bella davon natürlich auch wach wird. Und, ja, sie hat unfassbar Hunger, hat natürlich absolut gar keinen Spaß. Das ist auch unfassbar verständlich. Und, ja, wie schon gesagt, ihre Hygiene ist auch ganz unten. Und klar könnten wir mit ihr jetzt nochmal reingehen und uns irgendwie Mini-Hamburger oder einen Corndog oder sowas holen. Aber Bella hat ja gerade tatsächlich ziemlich Geldsorgen. Und sie hat gesehen, dass die Frau gerade hier etwas in den Müll geschmissen hat. Und deshalb wird sie jetzt einfach mal in den Müll wühlen. Denn letztendlich sind bestimmt irgendwelche Essensreste dabei. Und, ja, vielleicht findet sie ja dort was, was jemand anderes weggeschmissen hat. Und sie hat jetzt zwar gerade einen Blarfi gefunden, also einen riesen Teddybären, aber das hat sie nicht getan. Und sie hat im Müll zwar kein Essen gefunden, aber eine Zeitung. Also die Zeitung von heute. Die Zeitung, die heute tatsächlich, ja, veröffentlicht wurde. Und sie wird sich diese Zeitung jetzt anschauen und sieht schon auf der Titelseite, dass dort etwas ziemlich Spannendes geschrieben steht. Und sie kann ihren Augen kaum trauen, aber auf der Titelseite ist tatsächlich ein Bild von Phil und ihrer Mutter. Als Titel über dem Bild steht, Profi-Baseballspieler zieht in die Delsol Valley Hills. Und letztendlich wird Bella sich nun das Interview durchlesen, was geschrieben steht. Und dort steht halt einmal von Phil's Seite aus, dass er wieder mehr ins Rampenlicht treten möchte. Und dass er froh ist, dass er seinen großen Traum nur mit seinem Hobby verwirklichen konnte. Dass er als Profi-Baseballspieler sich tatsächlich ein Haus in den Delsol Valley Hills leisten kann. Und auch seine Frau wurde natürlich ein wenig befragt. Und ja, seine Frau ist natürlich Renée. Seine Frau ist Bellas Mutter. Von ihr ist im Interview nun halt zu lesen, dass sie ein paar Schicksalsschläge hatte und nun mit ihrem alten Leben abschließen möchte. Dass sie außerdem schon immer gerne gemalt hat und es schon immer ihr größter Traum war, mit ihrer Kunst auch Geld zu verdienen. Und nun hat sich tatsächlich auch der Traum einer eigenen Galerie ermöglicht. Und auch Bellas Mutter findet den Gedanken scheinbar ganz toll. Nun auch mit ihrer Kunst eventuell ein wenig berühmt zu werden. Und Bella wird dieses Buch jetzt einfach schließen und einen Tobsuchtanfall bekommen. Und sich fragen, was nur aus ihrer Mutter geworden ist. Früher haben sie sich so gut verstanden. Und es war auch eigentlich nie ihre Art, irgendwie so zu werden, irgendwie berühmt sein zu wollen. Also es kommt wirklich alles nur durch diesen neuen Mann. Warum hat sie diesen neuen Mann gefunden? Es wäre alles so einfach. Sie wären immer noch die kleine glückliche Familie und sie hätte bestimmt nie den Plan gehabt, jemals nach Delzol Valley zu ziehen. Denn was will sie da überhaupt? Bella weiß gerade gar nicht so richtig, ob sie ihre Mutter überhaupt noch kennt, was aus ihrer Mutter geworden ist. Und sie denkt sich vielleicht auch gerade einfach nur, ich möchte auf gar keinen Fall so werden wie meine Mutter. Bella hat gemerkt, dass sie tatsächlich zurück nach Moonwood Mill muss. Dass sie jetzt gerade in Koppel, der einfach keine Zukunft hat, sie hat kein Geld und sie kennt dort niemanden. Und sie wird jetzt halt nochmal über ihre Mutter nachdenken, darüber nachdenken, dass sie auf gar keinen Fall so werden möchte wie sie. So unfassbar selbstsüchtig und arrogant. Bella möchte selber was aus sich machen und nicht von irgendwelchen anderen Leuten leben. Von irgendeinem berühmten Mann oder sowas. Vielleicht hat sie auch gerade den Gedanken, okay, ich muss raus hier aus Moonwood Mill. Es ist hier gefährlich, auch wenn ich jetzt gerade erstmal hierbleiben muss. Aber um rauszukommen aus Moonwood Mill, muss ich halt irgendwie Geld verdienen. Es gibt keine andere Möglichkeit, ich muss Geld verdienen. Und um etwas Geld zu verdienen, brauche ich halt nun mal eine Schulbildung. Und vielleicht ist es wirklich das Beste, jetzt wieder zur Schule zu gehen. Denn hier in Moonwood Mill möchte sie jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt mit ihren Gedanken, die sie jetzt gerade hat, nicht mehr bleiben. Denn klar ist hier dieses Haus, was voller Erinnerung steckt, auch voller Erinnerung an ihren Vater. Aber jetzt gerade hat Bella halt das Gefühl, dass es es nicht wert ist, nur in einem Haus zu leben, was voller Erinnerung steckt. Wenn es hier gefährlich ist, wenn hier gefährliche Wesen rumlaufen. Und jetzt gerade ist ihr Ziel, vielleicht einfach hier rauszukommen. Und jetzt, wo Bella gerade wieder zu Hause ist, kommt tatsächlich Jacob vorbei. Die Tür war nicht abgeschlossen, deswegen ist Bella einfach reingekommen und hat im Haus nach Bella gesucht. Hat sie jetzt letztendlich auch gefunden und wird sie jetzt einfach fragen, wo warst du, Bella? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, dir wäre was passiert, du bist weggerannt. Und ich meine, ich weiß, warum du weggerannt bist, aber du bist weggerannt und auf einmal warst du weg. Du warst nicht mehr hier. Ich dachte, vielleicht bist du sonst wo gelandet, dass dir sonst was passiert ist. Und er wird jetzt sagen, Bella, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und jetzt, wo Jacob hier ist, hat Bella zwar irgendwie Angst, weil sie weiß, was sie gesehen hat. Aber er sieht wieder ganz normal aus. Er sieht nicht mehr aus wie ein Wolf. Sieht einfach nicht mehr so gruselig aus. Jacob merkt, dass Bella sehr verängstigt wird und sagt jetzt auch nochmal, hey, es tut mir wirklich, wirklich leid, was vorletzte Nacht passiert ist. Ich kann mich gar nicht oft genug dafür entschuldigen. Es muss dir wirklich Angst bereitet haben und Bella weiß gar nicht so richtig, was sie sagen soll. Denn letztendlich ist sie immer noch sozial unbeholfen. Und sagt auch, ja, was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Und dann wird Jacob letztendlich anfangen, die ganze Geschichte zu erzählen, wie es passiert ist, dass er sich verwandelt hat. Diese Geschichte werden wir allerdings im nächsten Part hören. Also dann werden auch wir erfahren, wie Jacob sich verwandelt hat, wie das Ganze passiert ist. Und dann werden wir schauen, ob Bella das Ganze ein bisschen mehr verstehen wird. An dieser Stelle muss ich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Mellys Welt aussprechen. Denn von dir kam der Kommentar und die Idee, dass Bella halt zurück nach Hause möchte und dort eine andere Familie vorfindet. Und dass ihre Eltern halt nicht mehr da sind und dass sie halt deshalb wohl oder übel zurück nach Mood Mill muss. Und mein zweites Dankeschön geht an Miss Nutter. Denn von dir kam der Kommentar mit der Zeitung, dass da halt etwas auf der Titelseite steht, dass die beiden halt nach Nelsorvelli gezogen sind. Also diese beiden Kommentare habe ich ein bisschen verknüpft. Ich fand diese beiden Ideen einfach grandios. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Ich habe übrigens auch den Stammbaum bearbeitet. Also dort werdet ihr Rini und Phil jetzt auch mit ihrem neuen Look sehen, den wir ja schon auf dem Titelbild gesehen haben. Ich habe ihre Geschichten ein bisschen weitergeführt, damit wir nicht nur die Gedanken von Bella sehen, sondern halt auch die von Rini und von Phil. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr Lust habt, da mal einen Blick reinzuwerfen. Nun würde ich aber sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir erfahren, wie Jacob zum Werwolf geworden ist. Und ich sage jetzt einfach kurz und knapp Tschüss und bis zum nächsten Video.